Die Weissejochbahn GD10 ist momentan die innovativste, kompakteste Seilbahn weltweit. Die Fahrzeuge werden im Umführungsbogen garagiert und zusätzlich noch um den Umführungsbogen herum auf zwei Abschlägeweisen. Die Garagierung ist somit auf möglichst geringen Platzbedarf, Raumbedarf beschränkt und die Idee kommt ursprünglich von Herrn Hans-Rubertscher selber, der auf die Umsetzung von diesem System bestanden hat und das sicher weiss als äußerst platzsparend, das muss man wirklich sagen. Die Baustelle für uns war natürlich wieder eine riesen Herausforderung. Da wir eine Bauzeit von nur fünf Monaten hatten am Gletscher, ist das immer extrem schwierig, bis der Schnee weggeschmolzen ist und wir mit den Bauarbeiten beginnen können. Die Anlage ist mit insgesamt zwölf Stützen ausgestattet und wurde innerhalb kurzer Zeit mit dem Helikopter aufgesteckt. Nach dem Seilzug wurde das Seil mit Hilfe einer Fachfirma und unseren Mitarbeiter zusammengespleißt. Die Valseachbahn ist mit einem Direktantrieb ausgestattet, er ist energieeffizient, er ist flüsterleise, genau die Anforderung, die die Anlage benötigt. Weiters sind die Kabinen an sich auch etwas Besonderes. Die großen Panoramascheiben ermöglichen im Vorgast einen guten Ausblick auf die grandiose Bergeräte hier in Karnatau. Im Boden sind noch Ausnehmungen vorhanden, die die breiten Freeride-Skier auch aufnehmen können, weil es neue Gebiete heroben haben. Die Valseachbahn ist jetzt die dritte Bahn am Karnatau der Grätscher, die die Gäste auf über 3000 Meter bringt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017